Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Oh Mann, meine Stimme hat sich gerade mega hoch angehört. Jedenfalls bin ich gerade, habe ich gerade eine Klausur hinter mich gebracht, meine erste Klausur. Und lerne aktuell gerade für meine nächste Klausur morgen. Und nachher geht es zu einem Event, Glossybox-Event. Und darauf freue ich mich schon. Mai schreibt gerade ihre Abi-Geschichtsklausur. Und ich muss mich gerade motivieren. Motivation, Motivation. Und dann melde ich mich später nochmal. Ich bin jetzt auf dem Event angekommen. Das ist noch ganz ruhig. Und hier habe ich alt Maria. Ich habe meinen Namen vergessen. Marie. Marie. Und Tchini. Und wir lassen es erstmal gut gehen. Er ist ein Frozen-Joghurt. Und dich ruft jemand an. Ich meine. Achso, okay. Dann ruft dich doch keiner an. Und hier, ich hole mir auch gleich einen Frozen-Joghurt. Und dann machen wir Fotos. Das ist die Location. Ey, wir machen ja nachher hier so grillenmäßig. Voll cool. Und ich hole mir jetzt einen Froyo. Kommt ihr mit? Ah, ihr habt ja schon. Ja. Das ist mein Eis. Frozen-Joghurt. Und das ist die Location. Wir beide haben es klappen. Hey. Und hier können wir nachher grillen. Ja. Voll süß. Ich glaube, man kann nicht nur die Gläser nicht tun. Nur das gesunde Vredi. Ja. Das ist aber eben alles. Okay. Und hier kann man sich schminken lassen. Und hier kann man sich schminken lassen. Und die Location ist voll süß. Wir sind gerade in der Fotobox und haben Fotos gemacht und haben viel Spaß. Fotos machen wir jetzt mal so im Asiaten. Ichi, hallo. Oh Mist, ich habe heiß getroffen. Ichi, du bist hier voll dunkel drauf, aber ich glaube, es wird noch heller. Aber wir sind alle voll dunkel. Das will ich haben. Und das Haar. Danke. Ich habe, habe, habe. Sag mal, das ist einer so schön hier. Ich bekomme jetzt die Haare gemacht. Hallo. Wie die Haare getestet. Magst du mal Hallo sagen? Hallo. Hi. Was machst du jetzt? Ich werde jetzt hier Beachwaves reinmachen. Also sehr natürliche Weile, nicht zu klein. Und ich denke so, dass es halt zu deinem System passt. Dankeschön. Ich bin gespannt. Oh, ich habe jetzt erst gedrückt. Ich dachte, man müsste es wie bei Snapchat so festhalten. Das ist doch auch dein Kohl. Ja, aber ich mache nie Videos, Mammel. Ja, aber ich mache nie Videos, Mammel. Die wird immer fertig gemacht. Jetzt wird es sich auch hier. Also, ich mache jetzt. Ja. Wollt's? Wollt's? Wollt's I think? Ja, always. Hahaha. Und das graut die Haarstruktur so ein bisschen auf? Ja, ich sag mal, aber auf eine gesunde Art und Weise. Das sorgt halt dafür, dass das da noch mal ein bisschen griffiger, fester ist. Die meisten Produkte quellen die Haare auf und hier nicht. Das ist jetzt mein Beach-Look, ich bin jetzt extra auf Klo gegangen, um das aufzunehmen. Und das ist so schön und die Haare fühlen sich so weich und so bouncy an, schaut mal, mega cool. Ich bin begeistert. So muss das aussehen. 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 Oh, das ist ja auch so. Kann man studieren hier, ja? Ja, was? Ich hab richtig Hunger. Findest du das? Cool. Kuhl ist ja. Ich arbeite hier bei der Münchner. Vom Knolls-Burz. Ah, wunderbar. Nein, nein, nein. Das ist dein Chef. Mein Paul, der Fett ist sicher. Der hat auch die große Mähe Papier. Peter und Sarah Gännsicherheit. Daher kann es nicht der Tore und Sarah und Sarah. Ich glaube, er wird dann auch wieder gut gemacht. Das hat hier wie ein Gewissen gemacht. Genau, das ist so gut. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist eigentlich ganz schön, wenn man so gut herflegt. Ich bin jetzt vom Event zurück. Und es war echt schön. Location war cool. Und ich verabschiede mich für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.